Hallo, es geht diesmal um Zeit und Raum. Das sind nämlich die wichtigsten Ressourcen, die wir Algorithmen zur Verfügung stellen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Und unser Ziel soll es ja sein, wie schon im letzten Video angefangen, Probleme nach ihrer Schwierigkeit einzuteilen, nach ihrer Schwere. Das ist nämlich das, was die Komplexitätstheorie am Ende leistet. Und der erste Schritt dafür ist es, zu definieren, woran man denn Schwere messen kann. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist zu untersuchen, wie viel von etwas ein bestimmter Algorithmus, eine bestimmte Turing-Maschine benötigt. Und das schauen wir uns heute genauer an. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötsch und dies sind die Videos zur Theoretischen Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Ja, wir wollen also Turing-Maschinen beschränken. Das ist etwas, was wir schon aus der vorigen Vorlesung, für manche von Ihnen zumindest die vorige Vorlesung, namens Formale Systeme getan haben. Sie können dazu auch die Videos finden, in der Reihe zum Thema Automaten und Sprachen. Da hatten wir schon über Beschränkungen von Turing-Maschinen zum ersten Mal gesprochen. Zwei wesentliche Ressourcen sind dabei ins Gespräch gekommen. Der Speicher, der Platz, der Raum, die Zahl der verwendeten Speicherzellen letztlich und die Zeit. Das ist die Zahl der durchgeführten Berechnungsschritte. Beides sind diskrete Größen, beides zählt man in natürlichen Zahlen. Nichts dazwischen gibt es. Das sind also die wichtigsten Ressourcen, die wir bei Algorithmen betrachten. Man kann viele andere Ressourcen auch noch betrachten, die man sich vorstellen könnte. Zum Beispiel, wenn ich eine Parallelverarbeitung habe, könnte ich beschränken, wie oft ein paralleler Prozess gestartet wird. Das geht auch und das kann man auch theoretisch untersuchen. Also solche Dinge gibt es. Aber für viele grundlegende Dinge in der Komplexitätstheorie ist Zeit und Raum das, was uns am meisten interessiert. So, wir wollen die also beschränken. Wie beschränkt man so eine Ressource? Ja, man könnte jetzt sagen, es gibt eine Obergrenze. Man sagt, es darf nicht mehr als so und so viel Speicher oder nicht mehr als so und so viel Zeit verwendet werden. Das wäre aber relativ langweilig. Ja, also wenn man eine feste Größe definieren würde, würde man damit nur eine feste Art von Problemen lösen können. Und das wäre dann keine interessante Klasse zum Untersuchen. Ja, feste Schranken ergeben wenig Sinn. Denn alles, was man mit festen Schranken machen kann, ist auch schon mit endlichen Automaten möglich. Warum? Naja, weil beim Speicher ist es vielleicht leichter zu sehen, wie das zusammenhängt. Ja, wenn ich nur endlich viel Speicher zur Verfügung habe und diese Menge an Speicher beschränkt ist und immer die gleiche ist, dann kann ich mir alle möglichen Speicherinhalte vorher überlegen. Und das sind nur endlich viele. Und ich könnte diese genauso gut als Zustände eines endlichen Automaten kodieren. Das gesamte System ist endlich. Es wird auch unabhängig von der Eingabe niemals etwas anderes tun, als das, was in diesem endlichen Speicher möglich ist. Und das kann ich also völlig ohne irgendein Band und ohne eine Turing-Maschine zu benutzen darstellen. Man braucht also Schranken, die mit der Aufgabe wachsen, also die eine Funktion sind in der Länge der Eingabe normalerweise. Ja, also je größer das Problem, was ich lösen möchte, desto mehr Ressourcen gebe ich dem Algorithmus dafür. Das haben wir auch schon gesehen in der früheren Vorlesung. Da gab es zum Beispiel die linear beschränkten Automaten, die wir für die kontextsensitiven Grammatiken kennengelernt hatten. Und die beschränken den Speicher, den so eine Turing-Maschine nutzen darf, auf die Anzahl der Symbole in der Eingabe. Das heißt, ich habe immer genau so viel Speicher, wie die Eingabe Platz benötigt hat. Und das ist also eine Funktion, die die Länge N der Eingabe auf den Wert N von höchstens so vielen Speicherzeilen abbildet. Das ist recht natürlich, diese Beschränkung. Denn weniger Speicher als das, was man für die Eingabe benötigt, kann man doch einem Algorithmus eigentlich gar nicht geben. Werden wir später noch sehen. Vielleicht doch. Aber da muss man ein bisschen anders rangehen. Okay. Das heißt also, Funktionen werden gesucht. Eine konkrete Funktion ist meistens sehr konkret und sehr spezifisch. Und in der Informatik wollen wir natürlich größere Klassen, allgemeinere Klassen von Ressourcennutzung und von Entwicklung dieser Funktion bilden. Und dafür wird häufig verwendet die sogenannte O-Notation. Und ich streibe hier oben zur Erinnerung, denn diese O-Notation haben wir hoffentlich schon in anderen Kursen kennengelernt. In den Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen sollte das besprochen werden schon. Die verwenden wir nämlich nicht nur in der Komplexitätstheorie, sondern auch, wenn wir die algorithmische Komplexität von einzelnen Implementierungen untersuchen. Und das ist ein bisschen was anderes. Das können wir, wenn wir hier das noch genauer dargestellt haben, wie die Komplexitätstheorie funktioniert, dann auch besser noch verstehen. O-Notation ist also eine Herangehensweise, bei der man abstrahiert von konkreten Funktionen, die sehr spezifisch sein können, auf allgemeinere Funktionen, die das wichtige Verhalten, das wesentliche Verhalten grob charakterisieren. Da muss man sich also nicht so viele Details anschauen und meistens ist das Interessante eben damit schon gefasst. Die O-Notation beschäftigt sich mit dem sogenannten asymptotischen Verhalten. Verhalten von Funktionen. Asymptotisch heißt in dem Fall, das, was passiert, wenn man in Richtung Unendlichkeit geht. Also wenn die Eingaben immer größer werden, dann wächst die Funktion ja in der Regel. Wir haben immer mehr Ressourcen. Wie genau passiert dieses Wachstum? Wie wird das am Ende sich entwickeln? Was dominiert da? Und viele Details, die die Funktionen am Anfang noch bestimmen, sind am Ende vielleicht gar nicht mehr wichtig für die Entwicklung in Richtung Unendlichkeit. Und das meinen wir mit asymptotisch. Außerdem versteckt die O-Notation lineare Faktor. Das kann man beides ganz genau definieren. Das ist das, was hier im roten Kasten steht. Wir schreiben folgendes. Für Funktionen f und g, das sind Funktionen in der Regel von natürlichen Zahlen, also zum Beispiel der Eingabelänge auf, ich sage mal, ganz allgemein reelle Zahlen, weil wir auch so etwas wie ein Logarithmus mal betrachten wollen. Und das ist eben eine Funktion, die eine natürliche Zahl nicht auf eine andere natürliche unbedingt abbildet. Natürlich wird es so sein, dass in der Praxis die, oder auch in der Theorie ja, die konkreten Grenzen, die wir für eine Turing-Maschine erhalten, immer natürliche Zahlen sind. Ja, weil Zeit und Raum eben so gemessen werden, Zeit und Speicher. Aber trotzdem kann die Funktion auch was Allgemeineres sein. Da sind wir jetzt nicht pingelig. Okay, wir betrachten also solche Funktionen. Für zwei solche Funktionen schreiben wir, dass f in O von g liegt, wenn das folgende gilt. Und das sind jetzt zwei Zeilen, die eine ganze Menge enthalten. Was muss gelten? Es gibt eine Zahl c größer 0. Das ist unser lineare Faktor, wird das sein. Und damit meine ich, das könnte auch eine reelle Zahl sein. Ja, das steht hier nicht, aber das muss keine natürliche Zahl sein. Und es gibt eine natürliche Zahl n0. Sodass das folgende gilt. Für jede natürliche Zahl, die größer ist als n0, gilt, dass der Funktionswert von f an dieser natürlichen Zahl n kleiner gleich ist c mal dem Funktionswert von g. Das bedeutet, ab einem bestimmten Punkt, den ich hier mit n0 bezeichne oder dem ersten n, was nach n0 kommt, wenn man genau ist. Ab einem bestimmten Punkt wird g größer gleich zu f sein. Am Anfang, bei kleinen Zahlen, erlauben wir, dass das noch etwas hin und her schwankt. Vielleicht hat f irgendeine Art von absolutem Wert, der immer dazu addiert wird und der aber nicht mehr wächst, wenn ich n größer mache und der irgendwann keine Rolle mehr spielen wird. Aber ab einer bestimmten Größe wird es so sein, dass g f dominiert oder zumindest gleich groß ist, modulo diesem linearen Faktor c. Also ich darf mit einem beliebigen c multiplizieren, solange das eine Konstante ist. Also diese Zahl c ist konstant, die hängt nicht ab von n, sondern die ist ein für alle Mal gegeben für diese Beziehung zwischen f und g. Also das ist das, was ich hier erlaube. Okay, das ist also die Groß-O-Notation und wichtig ist hier wirklich das große O. Ich komme gleich nochmal darauf. Es gibt auch eine ähnliche Notation mit einem kleinen o, die bedeutet ein bisschen was anderes. Okay, also wichtig zu merken, es geht darum, was in Richtung Endlichkeit passiert. Also bei großen n, es kann am Anfang noch anderes sein, aber ab einem bestimmten n0 wird sich diese Beziehung zeigen zwischen den Funktionen. Und wir ignorieren dabei lineare Faktoren. Es ist erlaubt, dass die Funktion, von der wir sagen, dass sie größer ist, dass sie oben liegt, g in dem Fall, dass die nur dann oben liegt, wenn man sie nochmal mit einem entsprechend großen Faktor c multipliziert. Vielleicht muss man sie nochmal mal 1000 nehmen oder so. Es geht letztlich um das Wachstum und diese linearen Faktoren ignorieren wir dabei. Okay, gut. Das ist also die O-Notation und es gibt da auch andere Notationen, die Sie vielleicht gesehen haben. Also manchmal schreibt man zum Beispiel statt f ist in o von g auch sowas wie f ist gleich o von g. Das hat auch seine Vorzüge. Aber den Nachteil, der vielleicht verwirrend sein kann, dass das Gleichheitszeichen dann keine symmetrische Relation ist. Also wenn ich das benutze als Notation, dann ist wirklich f gleich o von g hat dann eine Bedeutung. Und o von g gleich f würde man nicht schreiben. Das ergibt in dem Sinne keinen Sinn. Es gibt aber manchmal Fälle, in denen wir Ketten davon bilden. Also wo ich dann schreibe o von g ist selbst wieder in o von g Quadrat oder so. Also das gibt nochmal was Größeres oder was Allgemeineres, was auch hier funktioniert. Und bei so einer Kette ist ein Gleichheitszeichen vielleicht ein bisschen intuitiver, als wenn ich so eine Kette von Element-Symbolen hier habe. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt jedenfalls beides und es bedeutet in der Regel dasselbe. Also was Sie auch finden in Lehrbüchern oder anderen Skripten, lassen Sie sich nicht verwirren. Zweite Notation. Anstatt so etwas wie f in o von g oder f gleich o von g zu schreiben, schreibt man auch manchmal fn mit so einem Parameter oder Platzhalter für den Parameter, ist in o von gn oder eben auch Gleichheitszeichen statt Element. Und dass man diesen Platzhalter, das n, nennt, das bietet sich vor allem dann an, wenn man konkrete Beispiele für Funktionen aufschreiben will, wie ich das hier in dem grünen Kasten gemacht habe. Also zum Beispiel ist 10 mal n hoch 3 plus 42 n Quadrat minus n plus 100 ist in o n hoch 3. Ja, also da sehen Sie, was ich meine mit abstrahieren von Details. Also hier gibt es viele Kleinigkeiten, die eine Rolle spielen, aber letztlich das Wichtige ist dieser kubische Anteil in dem Polynom. Die 10 können wir auch vergessen, denn die kann man immer als c hier einbauen. Und die anderen Teile weniger hohen Grades spielen bei großen n irgendwann keine Rolle mehr. Also 42 n Quadrat ist natürlich ein wichtiger Faktor, solange n selbst kleiner ist als 42 zum Beispiel, ist es immer noch größer als n hoch 3. Aber irgendwann, wenn n sehr groß wird, ist das vernachlässigbar. Okay. Und Sie sehen ja, natürlich muss ich hier auf beiden Seiten n schreiben, damit das irgendwie erkenntlich ist, welche Funktion ich meine und deshalb solche Notationen. Okay. 2 hoch n plus n hoch 2000, noch ein bisschen extremeres Beispiel, ist auch natürlich in o 2 hoch n. Ja, exponentielle Funktionen sind hier die wichtigeren Anteile. Das ist ein Polynom. Auch wenn n hoch 2000 unglaublich schnell wächst, wird es dann doch an irgendeiner Stelle von dem 2 hoch n überholt. Und ja, auch sowas gibt es 2 hoch 729. Das ist, ich glaube, diese Zahl hatten wir mal bei der Berechnung der möglichen Wege, hier ein Sudoku zu lösen mit bestimmten propositionalen Variablen. Das ist einfach in o 1, ja. Also o 1, 1 ist die konstante Funktion, ja. Also es ist ein, das ist einfach nur eine feste Zahl, da wächst gar nichts in Bezug auf n. Und o 1 ist die Art, wie wir das schreiben können. Denn das hier ist sozusagen nur unser konstanter Faktor c. Den kann man also gleich weglassen. Irgendwas müssen wir aber schreiben. O 0 wäre nicht korrekt. Das ist eine Funktion, die gar keinen Wert annimmt und die auch nicht multipliziert werden kann, aber o 1 geht. Das heißt, so schreiben wir konstant den Aufwand. Okay. Sie sehen also auch Dinge, die vielleicht aufwendig sind. Große Zahlen können mit der O-Notation als sehr einfach erscheinen. Das muss man halt unterscheiden. In der Praxis ist vielleicht auch etwas manchmal schwerer, als die O-Notation es zunächst wirken lässt. Okay. Okay. Gut. Das also ist die O-Notation und damit messen wir in der Regel Ressourcen, weil man auf diese Art bestimmte Details weglassen kann und die Funktionen einfacher werden. Okay. Noch eine Bemerkung, damit Sie es wenigstens mal gesehen haben, auch wenn wir es hier in der Vorlesung wohl eher nicht mehr benötigen. Es gibt noch verschiedene Schwestern, schreibe ich hier da O-Notationen. Also es gibt nicht nur die O-Notationen, sondern es gibt in der Informatik noch eine Reihe anderer asymptotischer Notationen, die man verwendet. Und die haben sehr schöne Intuitionen, die hier mal in der Tabelle dargestellt werden. Ich habe hier auf der einen Seite jeweils die Notation. Da sehen Sie, da gibt es große O und dann noch einige andere Buchstaben. Dann in der Mitte habe ich den Grenzwert des Verhältnisses von Fn zu Gn, wenn n gegen unendlich geht. Das ist die Idee hier. Wir vergleichen den Wert der beiden Funktionen für immer größer werdende n. Das kann konvergieren, das kann auch divergieren, das könnte unendlich sein. Wenn Fn viel schneller wächst als G von n, dann divergiert das in irgendeiner Form. Und das, was wir jetzt gerade definiert haben, das große O, das sagt im Prinzip, dass diese Beziehung zwischen den beiden nicht unendlich ist. Also das ist nicht divergiert. Entweder ist G viel größer, dann geht das gegen Null, dieser Grenzwert, oder die beiden spielen in der gleichen Liga, dann ist da ein konstanter Faktor, der endlich sein wird. Aber es ist nicht unendlich. Und das intuitiv könnte man sagen, F ist kleiner gleich G als Funktion gesehen. Also es könnte G viel größer sein, dann wird das hier Null. Es könnte aber sein, die beiden sind ungefähr gleich. Das ist also die Möglichkeit. Das Umgekehrte davon, wenn man sagen will, F ist größer gleich G, das ist mit der Omega-Notation ausdrückbar. Und das, was wir eigentlich, wenn wir mal genau sind in der Informatik, sehr oft verwenden, ist dieses Theta hier. Da geht es nämlich darum, dass man weder Null noch unendlich als Grenzwert hat, sondern dass tatsächlich die beiden Funktionen ungefähr gleich sind. Das ist also dieser Fall. Und tatsächlich, wenn Sie jetzt irgendwie die Komplexität eines Algorithmuses angeben, dann verwenden Sie zwar oft O-Notationen, aber in der Regel versuchen Sie eine Funktion zu finden, die eben genau die gleiche Komplexität hat, wie der Algorithmus, also im Tod durch hätte. Nicht einfach nur irgendeine obere Schranke, wie das die O-Notation ja zuließe, sondern eine, die sehr passgenau ist. Und das ist dann eigentlich eher die Theta-Notation. Okay. Klein O ist echt kleiner. Das ist dann der Fall, wo G, F dominiert. Und das Umgekehrte davon schreibt man mit Omega. Auch das ist ein interessanter Fall, der oftmals betrachtet wird. Das ist also der Fall, in dem G viel schneller wächst am Ende als F. Okay. Gut. Haben Sie das mal gesehen? Das sind eigentlich ganz einfache Ideen. Aber da gibt es manchmal doch überraschend viel Verwirrung. Und manches davon wird eben auch nicht so oft angewendet und dadurch auch nicht so gut erinnert. Okay. Jetzt wollen wir das also nutzen, um endlich mal unsere Turing-Maschinen zu beschränken. Darum ging es ja. Das machen wir wie folgt. Roter Kasten sei F von natürlichen Zahlen zu Reellen eine Funktion und M eine Turing-Maschine. Wir sagen, die Turing-Maschine M ist OF zeitbeschränkt, wenn es eine Funktion G in OF gibt, die, sodass M für eine beliebige Eingabe, für ein beliebiges Wort W, nach maximal G von Länge von W Schritten hält. Also das heißt, G ist die konkrete Funktion, die angeblich viele Schritte die Turing-Maschine höchstens braucht. Das ist auch schon eine obere Schranke. Und F ist noch mal allgemeiner, ist noch mal abstrakter, weil wir die O-Notation hier verwenden. Okay. Und ja, wir messen also die Schritte bezüglich der Länge des Wortes W. Und genauso analog können wir sagen, M ist OF-Speicherbeschränkt, wenn es eine Funktion G in OF gibt, sodass M für eine beliebige Eingabe hält und zuvor maximal diese Menge an Speicherstellen verwendet. Dass wir hier fordern, dass die Eingabe, dass die Maschine trotzdem hält, ist für die Theorie nicht essentiell. Also da kann man nicht deutlich mehr damit machen, in der Regel für das mit dem, was wir hier haben. Aber es ist doch manchmal ganz bequem. Also bei Zeitbeschränkungen ist natürlich klar, dass die Maschine hält, denn sie hat ja nur endlich viel Zeit zur Verfügung. Aber bei Speicherbeschränkungen könnte man auch auf endlichem Speicher eine Endlosschleife programmieren. Die Turing-Maschine muss dafür nicht mal was schreiben, die könnte einfach am Ort immer wieder im Kreis laufen. Aber diese Art von im Kreis laufen kann man leicht detektieren, denn es wiederholen sich ja die Konfigurationen nach recht kurzer Zeit exakt. Also das ist keine von diesen mysteriösen und vielleicht nicht beweisbaren oder nicht klar erkennbaren Endlosschleifen, wie wir sie vielleicht bei manchen Busy-Bever-Kandidaten haben, wo wir nicht wissen, wird die Maschine jemals halten oder doch nie, weil eben das Band immer mehr beschrieben wird. Sondern das ist eine einfache Endlosschleife, wo sich der Zustand, der Gesamtzustand der Turing-Maschine in Form der Konfiguration genau wiederholt. Und dann wissen wir, okay, ab hier wird immer wieder das Gleiche passieren. Deshalb ist das bei Speicherbeschränkungen nicht so problematisch. Die Annahme, aber wir machen es ja trotzdem. Okay, das sind also Schranken für Zeit- und Rahmenbeispiele. Dafür kennen wir schon, der linear beschränkte Automat allgemein ist also ein ON-Speicherbeschränkungen. Eine ON-Speicherbeschränkte Turing-Maschine mit ein bisschen guter Gutmütigkeit vielleicht hier in der Definition. Ganz genau stimmt das nicht immer überein. Wir hatten bei den linear beschränkten Automaten oft gesagt, die dürfen aus ihrem Speicherbereich gar nicht rauslaufen. Also wenn die versuchen rauszulaufen, stoßen sie irgendwie an, das Band kann nicht erweitert werden. Während die Beschränkung hier, die wir definiert haben, ist so, dass die Turing-Maschine von selbst nicht mehr Speicher verwendet. Das heißt, die sollte freiwillig aufhören, den Speicher zu überschreiten. Um das zu tun, muss sie natürlich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, als das beschriebene Band ist, um zu sehen, dass das Ende ist. Das ist aber der Teil unseres Turing-Maschinen-Modells und macht keinen großen, wesentlichen Unterschied. Man könnte LBAs auch genauso definieren. Okay, wobei, ja, das O muss man ja auch bedenken, versteckt ja auch noch Details. Ich könnte auch 2N hier erlauben. Und es wird darüber zu reden sein, ob das wirklich genau das Gleiche ist. Okay, zweites Beispiel hier, die naive Suche nach einem Euler-Part. Sie erinnern sich, Brücken von Königsberg und dazwischen jeweils einkehren. Das ist O-N-Fakultität zeitbeschränkt, wenn die Zahl der Kanten N nicht übersteigt. Was man wohl meistens annehmen kann, ja, also wenn Sie den Graphen irgendwie als Eingabe kodieren, dann werden Sie wahrscheinlich zumindest so viele Zeichen brauchen, wie Sie Kanten haben. Also Sie haben eine ganz ausgeklügelte Kompression von Graphen, die das irgendwie weniger viel Speicher belegen lässt. Aber alle direkten Kodierungen hätten diese Eigenschaft. Und dann können Sie mit Fakultät vielen naiven Tests auskommen. Wir wissen, dass das nicht die beste Art ist, das Problem zu lösen. Okay, das also Schranken für Zeit und Raum. Ja, und jetzt möchte ich noch etwas zum Thema lineare Faktoren sagen. Das kam ja schon jetzt ein bisschen mit der LBA zur Sprache, nicht wahr? Eigentlich ist doch der linear beschränkte Automat einer, der nur genau Endzeichen verwenden darf. Und ich sage jetzt, wir dürfen aber auch eine lineare Funktion haben. Die O-Notation versteckt bei dieser Abschätzung beliebig große konstante Faktoren. Das C könnte eine Million sein. Ich darf also eine Million Mal mehr Zeit brauchen, als die Funktion G, bei der ich O von gebe, oder jetzt in dieser letzten Folie die Funktion F, die ich als Beschränkung angebe, tatsächlich braucht. Und trotzdem wäre das noch in der gleichen Klasse. Werden dadurch nicht zu viele unterschiedlich schwere Probleme in einen Topf geworfen? Diese Faktoren können doch einen riesen Unterschied machen. In der Praxis macht es doch einen Unterschied, ob etwas tausendmal schneller läuft oder eben nicht. Die Antwort lautet überraschenderweise vielleicht, nein, im Gegenteil. Das Turing-Maschinen-Modell der Berechnung kann konstante Faktoren gar nicht unterscheiden. Zumindest wenn man mehrere Bänder erlaubt. Das ist das, was wir hier machen. Sie erinnern sich, Turing-Maschinen dürfen mehrere Bänder benutzen. Und das ist in der Regel kein großer Gewinn an Ausdrucksstärke. Satz, das sogenannte Linear Speed-Up Theorem. Sei M eine Turing-Maschine mit mindestens zwei Bändern, die bei Eingaben der Länge n nach höchstens F von n vielen Schritten hält. Das heißt, F gibt uns die Zeitschranke an. Dann gibt es für jede beliebige natürliche Zahl c, das soll unser Faktor sein hier, größer 0, eine äquivalente Turing-Maschine M' mit der gleichen Anzahl an Bändern, K-Bänder. Da haben wir nichts geändert dran, wir behalten die Bänder einfach. Also die ist äquivalent, das heißt, sie tut dasselbe, sie berechnet dasselbe, sie erkennt die gleiche Sprache. Und diese veränderte Turing-Maschine M' hält nach maximal F von n geteilt durch c plus n plus 2 Schritten. Okay. Sieht ein bisschen kompliziert aus, was hier passiert, aber das Wesentliche ist natürlich, wir haben die Funktion Fn durch c geteilt und dann noch was Lineares dazu addiert. Das ist das Linear Speedup Serum. Und das hat es eigentlich in sich, wenn man darüber nachdenkt. Wir können eine beliebige natürliche Zahl wählen und dann eine Maschine finden, die das Gleiche tut, die aber nur noch ein C-Tel dieser Zeit benötigt, plus ein bisschen lineare Overhead. Beispiel. Wenn ein Problem mit einer Zwei-Band-Turing-Maschine in n hoch 3 Schritten gelöst werden kann, so ist es auch in n hoch 3 durch eine Milliarde plus n plus 2 Schritten möglich, das zu tun. Auf einer ebenfalls Zwei-Band-Turing-Maschine. Das ist doch was, oder? Jedes Programm kann beliebig viel schneller werden. Okay. Schauen wir mal, wieso. Beweis. Linear Speedup Theorem. Erste Folie. Das Theorem ist das gleiche, wie wir gerade hatten, nur etwas höher, nochmal wiederholt, damit wir es nicht vergessen. Wie beweist man das? Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Die Idee ist, dass wir die Turing-Maschine so verändern, dass mehr Informationen auf dem Band kodiert werden, also dass auf einer Speicherstelle mehr Inhalt steht. Und zwar ganz schön viel mehr. Wenn die ursprüngliche Maschine ein Arbeitsalphabet Gamma hatte, also ein Zeichen aus Gamma durfte an jeder Bandposition gespeichert werden, dann verwenden wir für die abgewandelte Maschine M' das Arbeitsalphabet, was immer noch die Sigma-Zeichen aus der Eingabe enthält und zusätzlich Gamma hoch 6c als weitere Zeichen. Was soll Gamma hoch 6c sein? Gamma hoch 6c ist also die, jedes Zeichen aus Gamma hoch 6c ist also eine Liste aus 6c mal vielen Symbolen aus Gamma. Wobei Gamma auch die Symbole von Sigma enthält. Das Gamma war ja das ursprüngliche Arbeitsalphabet, da sind auch die Eingabezeichen mit enthalten. Das heißt also, ich habe hier 6c-Tupel anstatt einzelne Zeichen. In dem Beispiel, was ich gerade hatte, also wenn ich ein Speed-Up von einer Milliarde erzeugen möchte, dann muss ich also 6 Milliarden Zeichen an einer Bandposition kodieren. Ganze Menge. Aber ist ja auch ein hoher Speed. Das ist also die veränderte Kodierung, die ich hier verwenden möchte. Ich möchte quasi komprimieren. Ich habe an einer Bandstelle viel mehr Informationen stellen. Ich verdichte die Bits. Die Eingabe muss natürlich trotzdem noch möglich sein, deshalb haben wir das Sigma hier dabei. Es muss erlaubt sein, dass man immer noch das Wort eingibt, was man vorher eingegeben hat, sonst könnte die Maschine nicht äquivalent sein. Damit können wir jetzt Bandinhalte also effizient kodieren. M' liest die Eingabe und erzeugt eine kodierte Kopie auf dem zweiten Band. Deshalb haben wir das zweite Band angenommen. Das ist praktisch. Das ist ja am Anfang in jedem Fall noch leer. Wir erzeugen also eine kodierte Kopie auf Band 2. Und kodiert heißt hier jeweils, wir lesen jeweils 6c-Zeichen aus der Eingabe und schreiben dann ein einziges entsprechendes Zeichen auf das zweite Band. Also jeweils 6 mal c-Zeichen werden in ein einziges Zeichen gepresst. Es könnte natürlich sein, die Eingabe hat kein Vielfaches von 6c-Zeichen, dann ist im letzten dieser Blöcke eine Kette von Blanks, weil da nichts mehr kommt. Aber auch Ketten von Blanks sind ja erlaubt hier. Also diese Gamma hoch 6c enthalten natürlich auch Fälle, in denen viele Blanks am Ende oder sogar nur Blanks in diesem ganzen Gebilde auftauchen. Okay, diese Transkodierung bedötigt endlos zwei Schritte, weil wir einmal über den ganzen Speicher hinweggehen und am Ende noch feststellen müssen, dass es das Ende ist und wieder zurücklaufen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe da Zweifel. Der Beweis ist so, also die Argumentation ist nicht meine eigene, die kommt aus Papa Dimitri, glaube ich, oder zumindest ist sie dort so zu finden. Also ein Lehrbuch, Komplexitätstheorie, eminenter Kollege, der also da viel drüber geschrieben hat. Aber ganz einsichtig ist es vielleicht nicht, warum hier n plus 2 steht, denn wenn man diese Transkodierung so macht, dann ist man natürlich nach n plus 2 Schritten am Ende des Wortes, hat alles übersetzt, steht aber eben mit dem Lesekopf am Ende dieser geänderten Kodierung. Für das, was folgt, würden wir eigentlich lieber vom Anfang wieder anfangen und das könnte durchaus nötig sein. Also wir würden mal in Betracht ziehen, dass wir vielleicht nochmal den Leseschreibkopf bis an den Anfang des Wortes zurückschieben, was nochmal n Schritte benötigen würde. Dann hätten wir hier 2n statt n stehen. Wäre vielleicht auch nicht so schlimm für das, was wir da rauskriegen. Entscheidend ist das nicht, aber Sie verstehen die Idee. Ich nehme viele Zeichen und fasse die zusammen. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt also die Eingabe mit diesem Alphabet kodiert. Jetzt arbeitet unsere Turing-Maschine, unsere M-Strich-Maschine, über dieser kodierten Eingabe und nutzt die. Wir simulieren M, aber über dem kodierten. Was tun wir dazu? Wir lesen jeweils in 4 Schritten, steht hier, das erkläre ich gleich nochmal, das Symbol über diesem Tupel-Alphabet an den aktuellen k-Band-Positionen, sowie jeweils links und rechts davon. Hier muss man sagen, wir haben bei dieser Kodierung dynamisch das Eingabeband gewechselt. Das zweite Band, auf das wir, das was anfangs noch leer war, auf das wir kopiert haben, soll jetzt unser Eingabeband werden und wir verwenden einfach die anderen Bänder so, als wären die leer. Dass da auf dem einen eine Eingabe steht, muss uns überhaupt nicht stören. Wir können die Eingabezeichen aus Sigma so behandeln wie Blanks. Das ist also möglich. Okay. Und insofern müssen wir auch nicht am Anfang dieses Bandes stehen. Das können wir tatsächlich ab dort machen. Aber bei dem kodierten Band müssten wir vielleicht an den Anfang gehen. Das würde doch noch einen gewissen Aufwand brauchen. Wir wollen also das jetzt genau das tun, was unsere Turing-Maschine getan hätte, die M-Maschine, aber wir lesen jetzt jeweils eins von diesen komprimierten Symbolen. Und zwar lesen wir das Symbol an den aktuellen Bandpositionen, also an all den Stellen für die einzelnen Bänder, auf denen die Gläse-Schreibköpfe gerade stehen, außerdem jeweils links und rechts davon. Und wenn Sie sich überlegen, wie können Sie das schaffen, links und rechts die Symbole zu lesen, dann müssen Sie natürlich dabei, erst lesen Sie das Symbol, auf dem Sie gerade stehen, dann gehen Sie vielleicht nach, von Ihnen aus gesehen, nach links, lesen, was dort steht. Dann müssen Sie wieder nach rechts, da sind Sie auf dem aktuellen Symbol, dann gehen Sie noch einen Schritt nach rechts, dann haben Sie das Symbol, was rechts davon steht und dann gehen Sie wieder in die Mitte. Auf die Art brauchen Sie vier Schritte, um einmal nach links, einmal nach rechts geschaut zu haben und sind wieder dort, wo Sie waren. Wie merken Sie sich das, was Sie da gelesen haben, links und rechts? Naja, Sie brauchen einfach einen sehr großen Zustandsraum. Die Turing-Maschine, die M-Strich-Turing-Maschine, hat sehr, sehr viele Zustände, um jede mögliche Kombination von diesen drei Symbolen links und rechts zu speichern. Also ich habe die ursprünglichen Zustände, die ich in M hatte und dann für jedes der Bänder Gamma hoch 18 mal C mal K viele mögliche Zustände. Also es ist ein riesiger Zustandsraum, der hier entsteht. Und wenn ich das alles habe, bin ich also an einem Zustand, der vollständig kodiert, wie die drei Symbole auf jedem der Bänder links und rechts vom Schreib- und Lesekopf und am Kopf selbst ausgesehen haben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich in zwei Schritten alle Änderungen tun, die in diesem Bereich für die nächsten sechs C-Schritte nötig sind. Sechs C-Schritte sind eine ganze Menge Schritte. Ja, sechs Milliarden in dem Beispiel, was ich hatte. Die mache ich jetzt in zwei Schritten. Wie kann ich das bewerkstelligen? Naja, zwei Schritte brauche ich deshalb, weil ich das aktuelle Bandsymbol vielleicht verändere. Also ein Teil der Symbole, auf denen ich gerade die Köpfe stehen habe, ändern sich vielleicht. Und dann, weil in diesen sechs C-Schritten die ursprüngliche Maschine vielleicht da irgendwas geschrieben hätte. Und sechs C ist aber eine große Zahl. Die ursprüngliche Maschine M, die also irgendwo in diesen sechs C-Schritten drin gerade ihren Leseschreibkopf hat, könnte natürlich in sechs C-Schritten, sechs C mal nach links gegangen sein zum Beispiel, dann würde sie vielleicht aus dem aktuellen Feld, was wir kodieren, wo wir sechs C-Stück drin haben, rauskommen. Denn es könnte ja sein, dass der simulierte Kopf irgendwo in der Mitte simuliert war. Muss ja nicht genau an der Randposition stehen jeweils, sondern die Maschine M kann ja irgendwo auf irgendeinem Zeichen stehen in den sechs C in der Mitte. Und wenn wir dann wieder sechs C mal nach links gehen, dann würden wir also aus einem komprimierten Feld der Turing-Maschine in das nächste Feld links davon kommen. Das heißt, es könnte sein, dass dort auch noch Änderungen passieren. Ich brauche also zwei Schritte, um sowohl dieses Feld und das links davon zu verändern. Es könnte auch sein, die simulierte Turing-Maschine läuft rechts raus und macht da Änderungen. Dann muss ich das aktuelle Feld vielleicht ändern und das rechts davon. Was nicht passieren kann, ist, dass die simulierte Turing-Maschine sowohl links als auch rechts von meinem komprimierten Feld Eränderungen macht. Denn links und rechts sind sechs C-Felder voneinander entfernt und innerhalb von sechs C-Schritten kann ich nicht beides erreichen. Entweder muss ich nach links raus, dann komme ich aber in der Zeit, die ich habe, nicht mehr nach rechts oder umgekehrt. Also es ändern sich höchstens zwei Symbole auf jedem Band. Das müssen nicht immer die gleichen sein, mal links, mal rechts. Aber was genau passiert, weiß ich schon, wenn ich all diese drei Symbole links und rechts gelesen habe. Das heißt, ich kann diese zwei Schritte direkt durchführen. Auch das wird wieder direkt in meinem Zustandsübergangsgrafen kodiert. Es ist also eine riesige Lookup-Tabelle, wenn Sie so wollen, über alle Möglichkeiten, die es jetzt gibt, das in einem Schlag zu machen. Und das heißt, ich würde in zwei Schritten so eine große Zahl, sechs Milliarden, wenn Sie wollen, Schritte auf einmal ausführen. Was habe ich also erreicht? Ich habe sechs C-Schritte simuliert, aber dafür nur sechs Schritte gebraucht. Das heißt, ich habe einen Speed-Up von C in diesem Schritt. Und das heißt, das ist das, was ich erreichen wollte. Also ich bin C mal schneller gewesen in Bezug auf die Anzahl der Schritte. Okay, das ist Linear-Speed-Up. Also vieles in eine Telle packen und dann auf einen Schlag gleich eine große Menge an Änderungen führen, anstatt viele Schritte dafür zu gebrauchen. Das ist die Idee. Klasse, oder? Wir können also jetzt jedes Problem beliebig schnell lösen. Ja, in der Praxis reichen uns ja sicherlich lineare Faktoren. Wenn wir alles, was wir programmieren, eine Million Mal schneller machen, sind wir doch schon ganz schön weit. Ist das so? Können wir jedes Problem beliebig schnell machen? Und ja, Sie ahnen, die Antwort kann eigentlich nicht ja sein. Irgendwas muss doch, irgendwas ist faul. Ist vielleicht das Modell schlecht oder was ist hier das Problem? Warum kann das nicht funktionieren? Naja, aus verschiedenen Gründen würde ich mal sagen. Also die Antwort ist zunächst einmal in der Praxis, wir können nicht jedes Programm beliebig schnell machen. Nein, warum nicht wegen dem Wirkprinzip dieser Methode. Wir kodieren mehr Informationen pro Bandfeld und verarbeiten diese dann auf einen Schlag mit einer großen Tabelle. In der Praxis kann man aber nicht beliebig große Daten in einem Schritt lesen. Also es wird in der Praxis zähle ich nicht Schritte, sondern ich zähle Sekunden oder Millisekunden bei der Abarbeitung. Und die Zeit, die ich benötige, wird größer sein, wenn ich einen Gigabyte an Daten umschreibe, als wenn ich das mit einem Byte tue. Das heißt also, schon mal die Anzahl der Schritte zu verringern, ist nicht unbedingt das Gleiche, wie die Zeit, die ich brauche, zu verringern. Es gibt aber auch praktische Grenzen, dessen dahingehend, wie viel Daten ich in einem Schritt überhaupt verarbeiten kann. Klar. Zweite Problematik. Ich kann nicht beliebig komplexe Zustandsübergänge in konstanter Zeit realisieren. Also Sie wissen, da war diese riesige Zustandsübergangstabelle, bei der man genau überlegen muss, welche Änderungen passieren jetzt aufgrund all dieser Daten auf allen Tapes. Wenn ich auf jedem Tape ein Gigabyte lese, habe ich also ein Gigabyte mal ein Gigabyte mal ein Gigabyte. Viele Möglichkeiten. Ich begebe mich genau an die Stelle, wo für genau diese Kombination an Daten die richtige Änderungsoperation steht. Und ich ersetze auf einen Schlag meinen Speicher alle diese Gigabyte mit dem, was jetzt nach vielen Schritten passiert wäre. Ich nehme also vorweg, was das Programm getan hat. Das geht natürlich nur, wenn ich eine riesige Lookup-Tabelle für die möglichen Übergänge habe. Und das ist unter Beständen sehr schwierig. Also praktisch nutzlos. Ganz unrealistisch ist das hier nicht. Das Prinzip vom Linear Speedup ist trotzdem etwas, was Sie in der Praxis, gerade in der Praxis, in der Informatik finden. Weil wir natürlich schon, wenn wir Rechnerarchitekturen haben, dazu übergehen, viele Daten auf einmal zu verarbeiten. Denken Sie, also der Übergang von 32-Bit zum 64-Bit-System hat was damit zu tun, dass wir mehr Bits auf einmal verarbeiten wollen in einer Instruktion, wenn es geht. SIMD-Architekturen, Single Instruction Multiple Data, wo man also große Daten-Arrays, Bit-Arrays mit einem Schlag verarbeitet. Vielleicht aber nur mit einer einzigen Instruktion. Also man macht nicht so einen komplexen Übergang, wo man eine sehr, sehr komplexe Lookup-Tabelle braucht, sondern man führt die gleiche Operation auf vielen Daten parallel aus. Aber auch das gibt uns Speedup. Das heißt also, auch da können wir was erreichen. Es hat also schon seine Vorzüge. Sie sehen aber auch, dieser Speedup ist hardware-seitig. Das heißt also, Sie brauchen eine neue Maschine. Wenn ich über Turing-Maschinen gesprochen habe, habe ich aber dagegen ja oft gesagt, das ist eigentlich für uns der Algorithmus. Es ist nicht der Rechner, den wir da meinen, sondern es ist eigentlich die Software. Und das habe ich auch begründet, indem ich gesagt habe, man kann das ja simulieren. Universelle Turing-Maschine und so. Man kodiert Turing-Maschinen und simuliert die dann mit dem einen universellen System. Und genauso funktionieren ja unsere Rechner. Das sind Universalrechner, die jedes beliebige Programm abarbeiten. Aber so ein Universalrechner hat natürlich ein festes Band-Alphabet. Der hat halt 32-Bit oder 64-Bit oder was auch immer. Und die können nicht einfach den Inhalt des Speichers beliebig dicht machen durch einen Algorithmus. Der Algorithmus wird immer nur simuliert. Selbst wenn der Algorithmus also als Form von Turing-Maschine ein Band-Alphabet hat mit viel mehr Zeichen, muss die simulierende Turing-Maschine das wieder auf ihre Band-Alphabet zurück übersetzen, braucht entsprechend viele Positionen, braucht entsprechend länger. Das heißt also, auch die universelle Turing-Maschine sagt uns, dass dieser Speed-Up da nicht gewonnen werden kann. In der Praxis also kann man nicht Programme beliebig schnell machen. In der Theorie ebenfalls nicht. Warum nicht? Na ja, zum einen, weil etwas, was ich gerade gesagt habe, gilt, wir interessieren uns eigentlich ja für die Sicht universelle Turing-Maschine. Und zweitens, weil in der Theorie wir in der Regel arbeiten eben mit asymptotischen Klassen, bei denen die linearen Faktoren ignoriert werden. Also das ist auch in gewisser Weise das Linear-Speed-Up-Theorem ist jetzt die Rechtfertigung dafür, dass die Theorie diese konstanten Faktoren C ausklammert, weil es ohnehin keinen Sinn machen würde, die zu unterscheiden, weil das Turing-Maschinen-Modell das nicht hergibt. Also das ist das, was wir daraus schlussfolgen können. Also alles in Ordnung. Wir können so vorgehen. Das ist die richtige Art, Ressourcen zu messen. Und beim nächsten Mal möchte ich das dann nutzen, um auch konkrete Klassen zu definieren. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.